Hallo Leute, Willkommen zum nächsten Tutorial Video. Und zwar will ich euch heute zeigen, wie euch unzerstörbare Waffen, Rüstungen und Werkzeuge herstellen könnt. Das ist eine Sache, von der ich mir dachte, das wissen sehr viele Leute nicht. Und deswegen wollte ich es euch heute beibringen. Aber fangen wir doch einfach mal an. Der Befehl hierzu wäre folgender. Gebt GIF-Spiele, also in diesem Fall mir, Minecraft Stonepick X oder was auch immer ihr wollt. 1 für die Anzahl, 0 für die Metadaten und dann das Wichtigste, Unbreakable 1. 1 für Unzerstörbar. Bei 0 werde es dann wieder zerstörbar. Also, dann würde die kaputt gehen. Dann kopieren wir das Ganze mal. Zack. Jetzt habe ich hier eine unzerstörbare Pickaxe und gehe mal in Game Mode 0, damit ihr es mir auch glaubt. Ich baue jetzt mal ein paar Schlosser-Loch. Ich baue hier mal ein paar Steine ab, zack, zack, zack. Ich glaube, ihr seht schon. Da verändert sich nichts. Machen wir es mal mit einer Schaufel. Ich kann mit einer Schaufel arbeiten. Das wird auch Haltbarkeit verlieren. Das dauert jetzt zwar dementsprechend länger, aber es tut sich nichts. Es ist doch ein Zerstörer. Okay. Geben wir mal, was weiß ich. Äh, I win. I win. I win, gut. um um weil wir mal ein paar Blöcke unter und die Schaden kriegen, meine Schuhe auch Schuhe nehmen keinen Schaden, weil sie auch unzerstörbar sind. Steht sogar dort. Unzerstörbar, unzerstörbar, unzerstörbar hier steht es nicht dort, weil es Haltbarkeit verliert ja, das könnt ihr mit allen Sachen machen mit all euren Werkzeugen wie einer Angel, einem Feuerzeug das verliert dann alles keine Haltbarkeit und ihr könnt es ewig benutzen Tja, ich hoffe ihr habt heute mal wieder etwas gelernt, ich konnte euch weiterhelfen und ja, damit verabschiede ich mich auch schon wieder bis zum nächsten Mal Leute Ciao!